Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal spiele ich eine kleine Rolle Minecraft und ich habe mir eine neue Challenge ausgedacht. Nämlich werde ich als Rechtshelder mit meiner linken Hand Minecraft spielen. Also mit die Maus bedienen. Wartet, ich zeige euch das ganz kurz. Also hier seht ihr das so ungefähr aus meiner Perspektive. Hier wäre halt dann meine linke Hand. Ups, hier ist halt meine linke Hand dann. So, damit bewege ich halt das Ding hier. Und hier ist dann meine rechte, hier so. Und ich denke, das wird ganz lustig und dann sehen wir uns gleich in der Runde. So Leute, da sind wir auch in der Runde. Und mal gucken, wie das so funktioniert. Ne, durch die Stelle kann ich nicht durchgehen. So, das geht einfach nicht. Nein. Nein. Neue Runde und neues Glück, würde ich sagen, Leute. Wow. Ich muss am besten eigentlich nur in der Ecke. Wie zur Hölle habe ich gerade Screenshots gemacht? So Leute, da sind wir in der Runde Sky Wars, weil SG läuft irgendwie nicht so gut. Und Sky Wars läuft bestimmt viel besser. So Leute, ich habe jetzt einen Plan. Ich vercampe mich hier. Und dann mache ich meine zwei Kills, die ich mir vorgenommen habe. Wow. Ich werde Gomme töten. Nein, ich gucke noch mal. Ich habe einen Kill. Nein. Noch einer. Nein. Nein. Oh nein. Ich verstehe nicht, wie manche Leute so spielen können. Okay, wir wollen uns jetzt mal zu einem rüber. Nein. Das. Das ist so scheiße, Mann. So Leute, Rage-Mode spielen wir jetzt. Und das könnte auch nochmal lustig werden. Der macht einfach einen... Der macht einen... Oh, Boost, Alter. Ich probiere jetzt. Oh, ey, mit der linken Hand, Leute. Das ist mir ein Makro zu aktivieren. Das ist auch Hurensohn. Aber das heißt Makro. Das ist ja hier... Hotkey, so heißt er. Nein, das war mein Kill. Oh, Mann. Ich habe einen Kill. Noch einen Kill. Nice. Habe ich jetzt noch einen Kill gemacht? Ja, wir haben uns gleichzeitig getötet. Hurensohn. Oh. Nemesis Kill, Digger. Was ist denn ein Nemesis-Gegner? Ach, jemand, der mich gedingst hat. G-g-g-gedemütigt. So. Das ist genau ein Kill, weil ich wollte. Und? Jetzt, jetzt... Okay. Ich hinterfrag's mal nicht. Ach nein, eins... Ein Soup wollen wir wollen. Wie soll ich das denn bitte machen? Bitte lesen. Halt der Maul. Okay, komm. Go. Go. Ich probier gar nicht erst zu soupen mit der linken Hand. Ich tausch jetzt live erstmal mit Haftatur wieder nach links. So. Maul ist nach rechts, Haftatur nach links. Und jetzt machen wir schnell 1v1 so. Oh, es fühlt sich so nice an wie der 1v1-go. Wenn der jetzt auf K ist, ne? Nicht eigentlich... Ich würde mit der Hand. Guck mal Leute, so gut bin ich nicht. Ich hab den gerade mit der Faust ten haltet, ja? So, jetzt nochmal ein richtiges gegen einen, der nicht auf K ist. Ich meine natürlich gegen einen, der besser ist. Okay, was heißt... Obwohl... Ja, okay. GG, Alter. Naja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.